Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute, meine lieben Freunde, haben wir Anfängerfehler, die ihr nicht machen solltet. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und dann würde ich sagen, fangen wir an. Als allererstes ist, man kennt es, man zieht ein bisschen bei Recruit, bekommt nicht das, was man will, ist frustriert und dann, was macht man dann? Ganz genau, man greift auf seine Hero Coins zurück, die eigentlich sehr wertvoll sind. Was ich damit meine ist, und zwar gibt es Event-Banner und die gibt es zum Beispiel so ein All Might-Event-Banner, Endeavor, Shigaraki, von den ganzen krassen Charaktern und da gibt es dann halt so Event-Tickets. So, wenn wir erst mal hier kommen, Event-Shop, ne, warte, fuck, wo war das nochmal? Hier, Event-Recruit-Tickets, die bekommt man eigentlich fast gar nicht. Und hier kann man eigentlich eine gute Chance bekommen, zum Beispiel, wenn du All Might da ist, ein Event-Banner von All Might drin ist, hat man eine gute Chance, einfach All Might zu ziehen, weil All Might gibt es in den normalen Recruit-Banner gar nicht. Zum Beispiel, hier sieht man ja, wen es alles gibt. Und sonst hat man dann keine Möglichkeit, All Might oder Endeavor, halt die ganzen krassen Charakter zu ziehen. Und deswegen ist es sehr, sehr schade, wenn zum Beispiel ein Event-Banner kommt und man hat halt keine Hero Coins, man hat keine Chance, die dann zu ziehen. Deswegen sollte man am besten seine Hero Coins aufsparen. Und das nächste, was ich auch bei mir gesehen habe, und zwar bei Back, wenn wir gucken, die Drohnen. Ich habe 33 Drohnen, die ich nicht benutzt habe, was meine, was meine, ich sag mal, Effizität, das heißt Efficiency zum Grinden nutzen kann. Und zwar, anstatt einfach in eine Mission reinzugehen, kann man einfach überspringen. Deswegen, ich habe nicht so viele von denen benutzt, was ich irgendwie schade finde, weil man bekommt die eigentlich free. Und dann kann man die einfach benutzen, um schneller zu progressen. Ist eigentlich dumm von mir. Oh, ich habe hier noch, was bringen die? Ah, das hier. Auf jeden Fall sollte man das eigentlich mehr nutzen, weil man bekommt mehr, als man eigentlich ausgibt. Und das ist schon ganz nice. Sollte man viel mehr davon ausgeben, würde man auch viel weiter kommen. Und ja, und als nächstes, was ich auch bei so vielen gesehen habe, ist, wenn wir hier auf VS gehen, auf Super Core Battle, das da, das spielen manche einfach gar nicht oder wenig oder rushen einfach durch. Zum Beispiel kann ich auf Rush gehen, bringt nichts. Dieses Rushen bringt überhaupt nichts. Also, man bekommt, wenn man hoch grindet oder hoch stuft, bekommt man so viel Hero Coins. Und ich habe hier mal ein Bild, ich blende hier mal ein Bild ein. Man bekommt, ich habe zum Beispiel eine Runde gespielt, man bekommt jeden Tag 5. Eine Runde habe ich 200 Hero Coins bekommen. 200. Natürlich variiert das, wie hoch ihr hoch rankt. Aber wenn ihr zum Beispiel einen guten Rank-Up habt, dann bekommt ihr übel viele Hero Coins. Das ist richtig, richtig stark. Das kann man zum Beispiel auch wieder in Recruit-Tickets einsetzen. Das bitte nicht unterschätzen, spielt das jeden Tag, das ist mega, mega stark. So, als nächstes haben wir dann noch bei Allianzen. Wenn ihr in einer Allianz drin seid, könnt ihr dann hier Donations machen. Am besten nur zweimal, weil ihr möchtet eure Hero Coins nicht einsetzen. Denn die sind sehr wertvoll für euch. Was ihr einsetzen wollt, ist am besten nur zweimal. Und zwar einmal bekommt man Free und einmal mit Geld. Geld braucht ihr sowieso nicht. Geld ist wie Sand am Meer. Hier, ich habe 1,3 Millionen. Ist wie Sand am Meer, man bezahlt euch nur 5K. Aber bekommt man halt gute Belohnungen hier eigentlich. Sollte man eigentlich nur zweimal einsetzen, weil Hero Coins ist schon ein bisschen zu viel des Guten für Allianzen. Und Allianz-Training, wenn ihr einen guten Leader habt, dann macht ihr immer Allianz-Training. Könnt ihr gute Drops bekommen, auch nicht unterschätzen. Und dann könnt ihr zum Beispiel diese Coins, die ihr hier bekommt, einfach in euch selbst investieren. Und zwar hier einfach einkaufen. Ist auf jeden Fall mega nice. Eine gute Grind-Möglichkeit, sag ich mal. Und die Katze, glaube ich, bringt mir nichts. Das ist einfach nur eine Katze. Eine Dekoration. Ach ja, Mikan. Und als nächstes haben wir Freunde. Also ihr braucht, also ihr braucht nicht, aber am besten spielt mit eurem Freund zusammen und addet euch. Denn ihr könnt hier Quick Gift und Claim All benutzen. Also ihr könnt zum Beispiel Stamina, also was ist denn zum Beispiel, ihr könnt Stamina zu euren Freunden senden und die auch bekommen. Ich habe meine schon leider alle abgeschenkt und alle bekommen. Und das könnt ihr jeden Tag machen. Ihr könnt die jeden Tag erneuern. Einfach immer rüberschicken, bekommen. Ist auf jeden Fall mega nice. Ist eine sehr gute Sache, um Stamina zu bekommen. Ist auf jeden Fall mega, mega gut. Und als nächstes, was ich auch gesehen habe, viele Anfänger oder die das neue Spiel haben, das unterschätzt. Und zwar Karten. Warte, wo ich jetzt hier gucke. Und zwar hier bei Karten. Karten sind sehr, sehr wichtig. Denn die geben euch manchmal einfach richtig, richtig starke Buffs. Und zwar bekommt ihr zum Beispiel von dieser Epic-Card nur, was heißt nur, bekomme ich jetzt von dieser Epic-Card 36 HP+. Einfach so umsonst, plus 4. Ich würde euch natürlich auch raten, die Besten für euren Main zu nehmen. Also den Charakter, den ihr immer spielt. Zum Beispiel bei Deku habe ich einen 5-Star, glaube ich war das. Und dann einen 4-Star. Also eigentlich immer das einsetzen, was am besten gerade ist. Oh, hier noch einen von den Pussycats. Kann ich die nicht einsetzen? Replace. Ah, guckt uns schon plus 90. Es ist einfach wirklich free. Man bekommt einfach free Power. Das ist auf jeden Fall mega stark. Das sollte man am besten nicht unterschätzen. Denn, wenn wir hier jetzt weitergehen, gibt es hier auch ein neues Event. Zum Beispiel hier bei Timed. Mock Contest. Und hier wird das dann schon ganz wichtig. Da werden die Karten und alles drumherum ganz wichtig. Okay, nice. Oh, das ist mega wild. Oha. 300k einfach so. Das ist gut. Ich hoffe ja, dieses Event ist sehr, sehr stark. Hier wollt ihr natürlich auch grinden. Ihr bekommt natürlich sehr, sehr gute Sachen. Hier ist eure Power sehr, sehr wichtig. Denn ihr wollt Points bekommen, um euch hier, wenn ihr hier auf Content, wie heißt das, Contest Quest geht, könnt ihr hier mit Points Sachen holen. Zum Beispiel mit 4000, wenn man 4000 Points bekommen hat, kann man dann so 5 von diesen Random Shard Packs bekommen. Und 100k Geld ist auf jeden Fall mega nice. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Das sollte man auf jeden Fall niemals unterschätzen. Und was ich jetzt auch bei mir festgestellt habe, und zwar, ähm, mit dieser Autoplay-Funktion ist nicht alles immer, ja, ich mach Autoplay an und dann kann ich kurz weggehen, chillen. Das geht natürlich auch. Aber bei harten Gegnern, wenn ihr Hard Progression wollt und Schnell Progression wollt, am besten Autoplay ausmachen. Ganz besonders bei starken Gegnern. Und zwar, zum Beispiel bei All Might war ich gerade, ich weiß gerade, bei, ähm, Level 28, könnt ihr so orientieren. Zum Beispiel bei der All Might Quest, ähm, wo man gegen All Might gekämpft hat, hatte ich, hab ich richtig gestruggelt. Und dann hab ich eine Runde, als ich selber gespielt und ich hab ihn komplett auseinandergenommen. Also, auf jeden Fall Autoplay ausmachen bei schweren Gegnern oder wenn ihr einfach schnell sein wollt, ist auf jeden Fall viel besser, als Autoplay anzumachen. Natürlich, wenn ihr irgendwann, äh, irgendwas, äh, machen müsst, aber ihr trotzdem Progression wolltet, geht das natürlich auch. Aber, ähm, das hilft natürlich einfach Autoplay auszumachen. Und, äh, was natürlich auch zu Autoplay gehört, ähm, Autoplay bei diesen Events, was ich hier gerade angesprochen hab, ausmachen. Spielt das selber, macht nicht, äh, macht keinen Autoplayern, denn ihr seid immer selber besser. Außer ihr könnt euren Charakter gar nicht spielen, das bezweifle ich aber, weil ihr seid immer besser eigentlich, als der Autoplay, ähm, Bot. Und, denn, so scheiße kann man nicht sein, so sind wir mal ganz ehrlich, ähm, man bekommt auf jeden Fall, ich sage, bei diesem Event halt, Punkte und die kann man halt für diese Quads ausgeben, wie gesagt. Und, also, am meisten, die Punkte ihr habt, äh, desto mehr bekommt ihr, deswegen, am besten Autoplay ausmachen und selber spielen. So, dann würde ich sagen, war es das mit meinem, das könnte man auch Anfänger-Guide nennen, aber ich würde es lieber als, ähm, diese Fehler sollt ihr nicht machen, als Anfänger, äh, oder direkt, als keine Fehler machen. Und, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ciao!